So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber und wir sind auf der Route 43, kann das sein? Ähm, ja Moment, die Karte ist ja im Pokécom. Ah, Route 44, zumindest fast. Schauen wir mal, hier haben wir einen Angler. Ja, erst mal wieder reinkommen hier. Der Angler Albin, was hat er denn einen Remorite? Was haben wir von, ach, Garadon. Was kannst denn du mittlerweile eigentlich? Äh, nicht unbedingt das Beste. Neh mal, die Drachenwut, die sollte hier noch am meisten Schaden machen und das Remorite zumindest zuhitten. MC-Strahl. Hm, nur mal testweise, wie viel zieht der Biss ab? Ja gut, genug. Noch ein Remorite, ne, will ich nicht wechseln. Können wir ja gleich mal schauen, wie viel der Biss so Schaden macht. Ja, ungefähr so viel wie die Drachenwut, aber ich glaub, das liegt jetzt einfach daran, dass wir da schon wieder so krass überlevelt sind. Wobei wir das nicht mehr lange sein werden. Da kriegen wir Level 33 für Garadon. Und wir haben Angler Albin gesiegt. Hm, das ist nicht richtig. Äh, ich glaube... Es ist zwar irgendwie blöd, weil Garadon dann komplett zum VM-Opfer wird, aber ich glaube, ich muss dem Stärke beibringen. Damit er zumindest eine physische Attacke hat. Also, Fliegi, ich hoffe, du hattest da nicht sonderlich mehr vor, aber... Äh, der braucht eine physische Attacke. Ich hoffe, du verstehst das. Und Biss kann wir hier bei Aufengarados wirklich nicht brauchen. Jetzt kann er sich zumindest ein bisschen wehren. So... Jetzt hat er zwar den ganzen Arsch voller VMs, aber ich lass jetzt Garadon mal weiter kämpfen. Mal schauen, was ist es... Gegen den wir da ja wohl schon gekämpft haben. Ich geh da normalerweise gern hier oben rum. Ach... Tja, hier hat er wohl anscheinend schon gekämpft. Okay. Hm, soll ich Fliegi nochmal ärgern und wieder eine Telefonnummer rein? Ach, warum nicht? Das macht immer wieder Spaß, wenn er sich darüber aufregt. Man kann ihn schließlich immer so schön ärgern damit. Ich kann sehen, dass du ein guter Trainer bist. Ich erkenne mich gut mit Pokémon aus und ich sehe, dass du das auch tust. Mal hin. Ein Ast-Trainer. Oder ein Glutexo. Na dann. Das kann Skarabu doch schön erledigen. Einfach eine Hornattacke drauf. Glutexos Verteidigung ist jetzt auch nicht so immens. Ach, Rauchwolke. Einfach nochmal Hornattacke in der Hoffnung, dass es trifft. So, dann ist Dan besiegt. Uh, der gibt ganz schön viel Geld. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Das ist aber insgesamt... Das ist aber insgesamt... Ja, gut. Kommt drauf an. Cora. Noch ein R mehr und du wärst ein Avatar. Vince Madbo hat die auf jeden Fall. Einfach Hornattacke. Hoffen, dass der keinen Windstoß kann. Ja gut. Ja gut. Oder wir machen den Volltreffer und One-Hitten ist einfach. Das ist... Geht natürlich immer auf. Und ein Bluebella. Ne, da will ich jetzt nicht wechseln. Ach, Bluebellas Sprite ist in dieser Junior noch rosa. Ah, Zornklinge. Die zweite... Oh, das war ein Volltreffer. Okay. Hab mich eh schon gewundert, dass es so viel Schaden macht. Der zweite wird jetzt nochmal genauso viel abziehen. Das sei denn, die macht ebenfalls ein Volltreffer. Oder auch nicht. Na gut. So kann man sich irren. Kann natürlich auch der Zufallswert gewesen sein. Auf jeden Fall. Jetzt kommt Esther mal wieder nach vorne. Der muss ja noch Level 36 werden. So, hier haben wir angefangen da hinten. Ja, dann geht's jetzt in den Eispfad, wenn ich mich richtig erinnere. Und da oben ist noch ein Vogelfinger. Hast du schon von dem legendären Vogelpokémon gehört? Aber natürlich. Wer hat das nicht? Vogelfinger Arno. Er hat ein Toboga. So, Esther. Ähm, ich muss wieso mal was machen? Ähm... 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 Da-da... Die ganzen Attacke mal ein bisschen umstellen, sodass sie wieder nach Stärke sortiert sind. Bis ist ja hier witzigerweise auch die stärkste Attacke. Einfach weil sie Esther's immensen Spezialangriff nutzt. Oh, es hat jetzt noch ein... Noch ein Tauboga. Will ich nicht wechseln. Nee. So, und jetzt gibt's aber noch eine Kopfnuss hinterher. Sollte nämlich reichen, auch wenn Esther's Angriff lang nicht so stark ist, wie sein Spezialangriff. Schaden sollte das immer noch machen. Wir sind ja schließlich in Generation 2 und da sind Geld noch ganz andere Standards als heutzutage. So, der Eispfad. Und da kriegen wir auch gleich eins der schlechtesten Pokémon in der ganzen Geschichte. Dieses Spiels vor die Nase. Ein Botogel. Ich habe aber nicht vor, hier irgendwas zu fangen. Unser Team ist ja mittlerweile komplett. Ja, hier war nichts. So, mein Lieblings-Eis-Rätsel. Vor allem, weil ich's auswendig kann. Und hier haben wir Kaskade. Noch ein Botogel. Ich will aber nicht mit dir kämpfen. Haben wir eigentlich Schutz dabei? Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Der gute Fliegi, der eingekauft hat eventuell. Aber sieht nicht so aus. Na gut. Macht mir nichts aus. Kommen da auch sehr gut ohne Schutz durch. Auch wenn ich hier die ganze Zeit von irgendwelchen Flug-Pokémon angefallen werde. So. Garadon, dann zeig mal, was du kannst. Die müssen wir alles so verschieben. So, wie war's da hinten? Wie komm ich an das Loch da ran? Von oben ja offensichtlich nicht. Da muss man von unten ran. Schade, dass es da noch keine Psychokinese kann. Der Fels ist heruntergefallen. Ja, was du nicht sagst. Ähm, ähm, ähm. Den müssen wir auch auf der Seite herunter bringen. Ein Quiekel. Auch ein sehr schönes Pokémon. Vor allem das, was er sich weiterentwickelt. Gut, auch wenn es seine letzte Entwicklungsstufe hier noch nicht mal hat. Dann haben wir den hier auch. Und jetzt noch die letzten zwei. Ähm, da, 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 da. Den müssen wir auf der Seite hochschieben. So. Den Felsen habe ich hier schon vorbereitet. So. Und jetzt können wir hier die Leiter runter. Ich will hier erstmal rumschauen, weil hier waren, glaube ich, ein paar Items, oder? Ja, ein Carbon haben wir hier zum Beispiel. Und hier haben wir noch einen Top-Trunk. Kann man ja nie genug davon kriegen. So, jetzt hier, 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 hier und dort. Ein Hyperheiler. Zertrimmerer haben wir ja auch dabei, ne? Hatzkarabu. Witzkarabu. Ewiges Eis. Wir haben keine Eisattacken bei uns im Team mit drin. bringen uns also leider nichts. Okay, hier, hier können wir nichts machen. Wir müssen mal von der anderen Seite kommen. Und noch ein wildes Pokémon. man so genau muss ich jetzt runter genau die falsche stelle wahrscheinlich ausgesucht jetzt oder na gut da komme ich nicht weiter das item hätte ich aber gern noch wo war das muss ich hier hin oder tm 44 erholung müsste das gewesen sein es sei denn der zweiten gen war die was anderes sehen wir ja gleich erholung und noch mehr wilde pokémon ich will ja noch vorher das teil da holen in eisen dann sind wir hier schon am ende vom eispfad immer noch ein ap plus ja du bist du mit den eispfad gekommen du musst ein richtiger heispfad sein naja jetzt habe ich mir jetzt bin ich mir meine eigene falle gegangen aber gut go to die ich bin's alfried ist es heute nicht schön willst du kämpfen es wird nicht so wie das letzte mal sein ist dort an dem du mich findest ruse 44 bis später wir kommen da eine diabolische idee aber ich weiß nicht ob ich die noch umsetzen soll wo wir erstmal pokémon heilen so aber gut ich glaube ich lasse es einfach mal dabei ich beende hier jetzt mein part und hoffe dass fliege in nächsten part die arena nicht ganz schafft schließlich sollte er dafür vielleicht sogar noch ein bisschen leveln denn wenn man bedenkt dass andere ein level 40 seedra king hat sollte man da nicht ohne weiteres reingehen wenn vor allem wenn man unser team level gerade betrachtet ja die sollte er nicht so ohne weiteres schaffen vor allem nicht ohne eis oder drachen attacken also ich beende hier mein part wir sehen uns dann im übernächsten wieder mal schauen wo fliege mich da raus lässt bis zum nächsten mal ciao ciao